Autolotto Nächsten Samstag in der Wirzweckhalle in Nebiken Nur 2 Minuten ab der Autobahnausfahrt Jeden Gang, Matchgang und 2 Reihen Lotto Das tolle Auto gibt es zu gewinnen Weiter Feriengutschein Digitalfilmkamera Leiterwagen gefüllt mit Lebensmittel Wert inklusive Leiterwagen 800 Franken Wellnessferien, Fleischkörper und Goldpreise Insgesamt Gewinn im Wert von total 35'000 Franken Die Öffnung ist am 6. Auf dich wartet sofort eine gute Küche und das Lotto startet am 8. Gerade am Anfang gibt es eine Gratisverlosung Der erste Gang ist gratis Die ganze Halle ist bestuhlt Profitier von Tourkarten und nimm das Glück mit Auch die eigenen Karten sind erlaubt Reserviert jetzt die Plätze unter den Telefonnummern 062 756 252 oder unter www.auto-lotto.ch Freundlich lässt dich der MSV Altishofen Nebiken Untertitelung im Auftrag des ZDF Der erste Gang Der erste Gang Der erste Gang